Ich hätte Bock auf einen Peikblitz. Was sagst du dazu? Wenn du jetzt den gerade fühlst, ich denke, ist nicht der Beste, aber kann man machen. Ist eingeloggt. Rounded auf eine Support-Rolle. Support! Du bist 1000 Punkte fast, Junge. Du musst dich mal ein bisschen mehr hypen. Weil ich, also ich weiß sowieso, dass ich besser bin als jeder, aber das darf ich nicht so nach außen rausgeben. Ach, du machst quasi das No-Way-Prinzip oder was? Ja, ich sage, ich bin kacke, dann outplay ich jeden und dann alter Film. Ich mache es andersrum. Ich sehe nicht mal so 500 Punkte über dem, was ich bin. Ich mache eigentlich den, also das schlimmste Mindset hat er jetzt, oder? Dein Mindset ist aber kacke. Oh, jetzt habe ich kein Smite mitgenommen. Oh nein. Scheiße. Mit Peikkel wäre das sogar noch geiler. Und wir haben auch noch keine Power-Po-Oh. Egal, wir müssen bei einem können wir es zwei schaffen. Ja, lass es einfach runterrennen. Ja, aber wir spielen den Kartus, den können wir richtig hops nehmen, ne? Also ich gucke halt gar keinen Competitive-System. Ja, das merkt man in deinem Gameplay. Der Enemy-Jungler hat keinen Flash-Kutcher, ne? Machst du deine War-Top-Side? Klaro. Ist jetzt wieder ein Talia-Hype, oder was für Blitz League? Ähm, hat doch ultra gut geklappt jedes Mal. Hä? Ähm. Ich habe noch Flash, ne? Ist alles gut. Ich muss ja wissen jetzt, ob der Top-Side startet oder nicht. Oh, okay. Er startet Top-Side. Können trotzdem hart blitzen hier. Ja, ja, ja. Du musst nur kommen hier noch, ne? Ja, ich wurde halt von einem Wirbel hochgeballert. Oh. Oh. Jetzt müssen wir erraten, ob der in unsere Top-Side geht. Ja, schon. Der weiß ja, dass wir hier unten sind, ne? Lass reinjagen einfach mal. Meinst du mal reinjagen? Ja, lass mal richtig reinjagen jetzt, ne? Okay, jetzt geht's los. Die Blitze. Ich gehe auch links lang, ich gehe auch links lang. Oh, ich habe Smile-Arm. Ohohoho. Da war mal ne Combo, alter. Hast du denn? Schön. Okay, 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 okay. Ich gehe auch einfach Bass, hole mir Boots und dann rasen wir wieder rein einfach. Jo, ich muss halt irgendwie an die EP kommen. Also Level 2 wäre ganz geil wenigstens. Ja, ich kann ja unten grad mal kurz zoken. Ja, wir brauchen beide Krabben. So kommen zu dir, ich bin zu dir hier. Ja, ja, lass spielen dafür. Ja, ich muss hier die EP nehmen, sonst bringe ich nichts. Ah, leider ist nicht ganz Mili schon tot, scheiße. Okay, dann kann ich ja noch kurz Level 2 soaken, ne? Ja, ohne Level 2 bringe ich nichts, Phil. Wir müssen halt blitzen, weißt du? Ja, aber blitzen ohne Sinn und Verstand ist ja kein Blitzen. Mit Taktik, die auf den ersten Blick chaotisch aussieht, aber sehr viel Struktur hinter sich hat. Okay, ja, gut, dann renne ich hier jetzt rein einfach. Ich komme jetzt auf vier. Ja, ja, lass hier ein Kommando auf Mitte machen. Kommando Mitte, sagst du? Hast du da was? Nee, aber ich kann hier mal reinrennen, aber die werden hier Wards haben, denke ich. Ich renne auch einfach mit rein mit dir. Die sind da auf jeden Fall. Ich bin da. Hier, guck mal. Ja, ja. Ah, leider nicht gehittet. Okay. Ich hinterein dafür? Ja, ja, wir kriegen die O. Ich bin jetzt leider auch noch dead. Nee, 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 bist du nicht. Doch. Double kill Cassio. Ja, ja, es ist immer. Double kill Cassio, 4-Druck kill Cassio. Ist doch lecker. Oh, ich bin gefailed. Ist nicht schlimm. Aber egal. Egal. Ich habe halt meinen kompletten Jungle ab. Ich könnte jetzt halt farmen quasi. Oder wir müssten den jetzt halt eigentlich auch noch mal... Ich helfe mal der Cassio beim Puschen ganz uneigennützig. Obwohl, muss ich gar nicht. Ich habe gerade nichts zu tun. Enemy Top Camps werden halt als nächstes wieder spawnen, ne? Oh, wir werden den nicht basen. Da können wir uns schon mal auf den Weg gehen. Ich muss ihm das hier. Enemy Top Camps, sagst du. Ich tue mal so, ob ich Botlane laufe. Und jetzt drehe ich einmal hier um. Lange Runde, weißt du? Ja, das ist auch extrem intelligent. Ja, ja. Ich muss auch sagen, wir sind die zwei intelligentsten Spieler auf dem Server. Das kann auch sein. Mit den größten Gehirnen. Ja, das vielleicht nicht, aber... Akkadus da gerade, ne? Hast du ihn gesehen? Ja, da ist er. Ich hoffe. Der geht zum Gromp, ne? Der geht zum Gromp. Ich warte auf deine E mit meiner Combo, dann ist die safe. Meine E muss ich mal gucken, ob ich sie treffe. Wo ist er denn? Komm, Müllpresse. Er hat die Skrabe gesmited. Hab sie. Und jetzt nochmal da durchwerfen. Ich gehe wieder rein für den Kill of Akkadus. Ja, Kill, Kill ist down. Kill ist down, sehr gut. Kill ist down. Sehr gut ist der Kill down. Ja, ich habe jetzt meine, ich habe jetzt meine, hier Adidas 360 90 Turbo. Ja, komm direkt hoch, komm direkt hoch. Der wird hier direkt wieder hochrennen, ne? Der hat kein Exhaust. Und auch kein Flash, ne? Also kein Flash. Jo, ich bin gleich down. Ja, der ist ja auch gleich down, der Kill. Jo, das meine ich. Oh, vielleicht geht der auch Botszeit. Ich gehe mal... Ne, er ist da. Oh, er ist hier, er ist hier. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Haben wir was, Phil? Ja, ja. Das gibt es nicht. Noch ein Schaden? Das gibt es nicht, dass er das überlebt. Akali hat Ult, Akali hat Ult. Wenn sie ihre E trifft. Ja, hat sie. Schönes Ding. Schönes Ding. Na, das war es nicht, Phil. Da war der Nasus schuld, weil der voll getrollt hat. Ja, ich weiß nicht, ob das das noch war. Nicole. Ah. Oh. Ich komme auch noch. Ruhig, 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 Phil. Oh, ja, mach ihn. Ne, Jenna geht das nicht. Jenna blitzt auch. Ja, die muss das auch machen. Ja, ist ja auch richtig von ihr. Jetzt kommt Black. Zack. Ja, ja. Oh, hat sich gut antizipiert. Ja. Wie der Abitur... Oh, dieser ist doch tot. Ja, er ist dead. Okay, und jetzt ganz schnell wieder Base, Kutscher. Ja, soll ich basen? Ah, ja, 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 und dann hier. Und jetzt quasi hier wieder rein. Der wird hier reinlaufen, da genau durch. Ja, kann sein. Hier wird er nämlich auch langlaufen. Guck mal, hier ist der schon. Kannst du den flippen? Ja, mal gucken. Hab ihn. Okay. Der hat Uldab, aber ich sterbe nicht, ich sterbe nicht. Ich auch nicht. Das ist ja dumm von ihm. Okay, dann ist es wasted. Ja, ja, das ist dumm. Guck mal Mitte, guck mal Mitte. Hier ist ein Pinkwort. Der hat mich hier auch gesehen. Hä? Scheiße. Was du denn? Ich brauche deine Hilfe, Kutscher. Der kommt hier rüber. Ich werde ihn antizipieren. Oh, was auf, der hat bestimmt gleich Uldab und macht dann Sachen. Ja, der hat safe Uldab. Ist der dumm? Ja. Jetzt wieder, jetzt. Wann machen wir jetzt? Kartus kommt wieder. Kartus kommt wieder. Muss ja runterkommen. Ich hole mir mal so eine leckere Honigfrucht, ne? Oder nicht? Oh, guck mal, Kutscher. Ich bin halt super low. Ja, und ich auch. Hab ihn. Und die auch noch. Oh mein Gott, ich überlebe das, Kutscher. Das ging mir nicht, das. Ja, pass auf, auf Q, ne? Was für eine Q. Ja, auf den Q. Hast du aufgepasst? Ja, aber hat nichts gepasst. Also, der wird halt wieder da hinlaufen, ne? Wieder runter, sagst du? Ja, ja. Dann laufe ich auch runter. Nein, 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 lauf du nicht runter. Also, lauf halt Bot, ne? Aber nicht runter. Ja, genau. Nee, runter zum Bot-Land. Ja, ja, weiß ich jetzt auch nicht gerade. Lass mal jetzt auf den Pike gehen quasi, der, ach nee, das ist das. Nee, ich bin Pike. Mal, der ist hier drin. Hä? Ähm. Stinker. Da kommt die Pifon-Kamille. Ja, Kamille ist auch stark. Musst du denn jetzt Kartus? War der da auch gerade noch? Kannst du den töten alleine? Nee, ne? Du brauchst 6 Kulima jetzt levelt. Der ist halt da so oben jetzt irgendwo. Ja, da mach ich nichts viel. Da muss man auch ehrlich sein. Oh, Samira war noch nicht einmal back. Wow. Wow. Lass mal Mitte gucken, ne? Schade. Aber da könnte was funktionieren noch. Ja, sicher. Hat er. Und Kartus eventuell auf dem Blue-Buff. Äh, machst du weg? Ja, ist weg. Der Blue-Buff zum Glück nicht, ne? Puh. Wär dumm. Nochmal Schwein gehabt, sag ich da immer, ne? Guck mal, guck mal, guck mal. Die ist level 6 leider. Ja, aber ich bin ja auch da. Guck mal. Ja, ja, ich sag nur, dass die level 6 ist leider. Das ist doch toll, oder? Ja, ja. Ich zieh den da rein. Oh, ja, geil. Doch, doch. Das war richtig geil. Nee. So, nee. Also. Ich weiß auch nicht. Ich bin jetzt Mitte auch wieder da. Lass. Wir müssen da mal irgendwie jetzt Erfolg haben auch quasi, ne? Wir haben noch genug. Jetzt hab ich level 6 jetzt. Können wir mal gucken, ob wir da. Ja, 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 ja. Der hat keine Ulti, der Jon. Wird geflasht. Oh, guck mal. Der ist noch drin. Okay. Nicht mehr ganz drin. Wir können hier die weiter töten. Lass die mal ruhig töten. Der killt gerade die Zivir unten. Ja, lass mal die jetzt hier einfach bleiben und töten. Du sagst, du willst die jetzt töten? Ja, ja, genau. Hier, guck mal hier. Ja, guck mal da dann. Ui. Memo. Memo. Ja, die haben jetzt Top Harald beschworen, ne? Guck mal, ja, ja. Die machen weiter, Kutscher. Das ist so toll. Sieht die denn des Wahnsinns? Ich ult rein. Bill, ich hab Angst. Nein, nein, das ist gut, das ist gut. Guck mal, wie wenig Leben der noch hat. Töt den. Ja, nee, ich hab nichts. Aua. Aua, Hilfe. Ich kann nicht dodgen. Nee, geht nicht. Wenn der dodgt. Oh, das war terrible, was du da gemacht hast. Nee, also von mir her. Hä, was soll denn das jetzt? Du hast ja nichts getroffen, du Fettbacke. Hä, ich hab Cardus auf drei HP gebracht und dann bist du halt einfach reingegangen und hast gesagt, ich kann nichts mehr machen. Ja, genau das war das Problem. Ja, ja. Dass du drei HP hatte. Dann geh halt nicht rein. Dann rieh halt auf null HP. Ja, mach halt einen ruhigen. Ja, ist ja recht. Aber ist noch alles gut. Guck mal, AD Carry 1, 0. Super. Guck mal, lass mal Bot jetzt. Botzeit da rein. Ruhig direkt. Aber richtig flott. Doppel T mit Flott, ne? Der hat zwei Items schon. Wieso hat der mehr Gold, mehr CS, mehr Farm, mehr XP? Besser spielt als du, du Mowgli. Ach so, ich glaube Jenna ist ja riesen supportive hier. Was für riesen supportive? Ich muss die ganze Zeit für dich enden, weil du nichts zu backen bekommst. Guck mal, jetzt mach mal was. Ja, er hat Sonja. Man hat ihn wieder verkackt, ey. Ja, Arschkeks wirklich. Mit dir will ich nicht mehr spielen. Die Civil killt mich. Das ist doch scheiße. Oh, was machst du denn da? Was ich hier mache? Ja, ich hab Gender getötet. Und was machst du? Ja, guck mal. Jetzt hab ich die auch noch outplayed. Für outplayed? Ich hab alle Kulons zu dir gezogen. Ja, alle Kulons hast du gezogen, weil du ein Mad Mowgli bist. Ja, und deswegen konntest du sie killen. Was ist das für eine Argumentation jetzt? Ja, nee, Schwachsinn. Ich will einfach gut und tu kacke. Okay, voll toxic. Ja, Arschkeks. Jo, fair, was du mitgemacht. Ja, das ist so, also. Ich will ist einfach ein guter Champ. Einfach wirklich, also Props. Big Props dann die. Samira war auch, ne? Hat einfach einen Point-and-Klick-Spell gedrückt. Dann hat sie einen Autotech gemacht. Auch Point-and-Klick. 300er-Schild bekommen und überlebt. Ich kill die, oder? Ja, mach. Oh, scheiße. Die dodgt einfach nicht. Die hat keinen Bock auf Dodgen. Junge, du hättest... Vielleicht hattest du 8er-Ping. Hattest du 8er-Ping? Die ist weitergelaufen, Kutscha. Da warst du mich eigentlich zu, du fettgesicht. Junge, ich glaub, du hast... Junge, willst du mal deine Skillshots treffen? Junge, was ist denn mit der Cassio? Jetzt stirbst du da einfach, Kutscha. Also, was ist das denn? Warum ist die Cassio nicht gekommen? Warum macht die denn nur Objectives? Was für runtergeraden? Das ist nur passiert wegen dir. Du triffst beide Hooks nicht. Und rennst dann einfach weiter rein. Und flamest dann die Cassio. Also, wie kann man so delusional sein? Ja, der ist so supportive. Können wir Harold nehmen? Kannst du hier mal eine Ward setzen, damit ich... Junge, ich hab keine Ward. Junge, du bist dreckiger Supporter. Du machst nichts anderes als Warden. Das ist dein Beruf. Wenn du das nicht hast, dann brauchst du gar nicht mal mitspielen. Nee, wirklich ein richtiger Laberhans einfach. Oh, guck mal, den predikte ich jetzt mit meiner E. Yo, kranke Prediction. Ey, Affen... Affenzirkus hier einfach. Oh, guck mal, Mitte geht der Action. Nee, nee, Mitte, guck mal. Scheibenkleister. Oh. Ah. Junge, also Spells treffen ist echt nicht deine Stärke, ne? Ey, halt auf. Aua. Brauchst, glaub ich, einfach mal wieder einen Point-and-Click-Champ, Kutscher. Dann läuft das auch wieder hier. Ich glaub, ich spiele nächstes Game einfach Alistar. Ja, ich glaub auch. Junge, Will, kannst du eigentlich auch mal Spells benutzen? Lass mal einen Gameplan schmieden jetzt. Wir laufen rum. Du triffst Fähigkeiten und dann tönen wir die auf. Okay, und was machen wir dann, wenn ich die getroffen hab? Ja, dann mach ich eine Kombo da rauf und die sind tot. Okay, aber prediktest du, ne? Nein, ich hoffe einfach, dass du mal deine Fähigkeiten triffst. Dann kann ich auch einmal meine Fähigkeiten da rauf machen. Ich glaub, die Akali ist so ein bisschen auf weiter Spur allein gelassen, ne? Ja, ich glaub, die hat ein bisschen geintet. Aber mal gut, gucken, was wir machen können. Ich glaub, absolut nichts. Ist verloren hier. Verlorener Posten einfach. Die machen Baron. Ja, dann lass die aufhalten. Nee, doch nicht. Haben wir noch einmal reingehaltet. Ist in der Midlane der neue Baron, oder? Junge, der Jon hat da gerade einmal sein Schwert in den Baron reingesteckt. Da dachte ich, wir die machen. Jo, dann machen die immer Nash, wenn der Jon da einmal reinsteckt. Ohoho. Jetzt ist der genau da, Phil. Das ist echt scheiße gelaufen, ne? Oh, Junge, wo kommt denn der her? Der Sonne hinterher. Ich seh's, ich seh's, ich seh's. Oh, das ist gut. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Alter, ich bin so ein Zwischi-Bass. Es ist Schlafenszeit einfach schon. Guck mal hier. Ich geh mal raus. Flash. Weiß ich nicht. Guck mal. Ja, voll. Das ist es mal. Akali ist schon wieder da drin. Was macht denn Akali? Junge, ist das Philly-Westside? Hey, jetzt sei mal nicht so, okay? Ja, deine Akali lässt auszuwünschen. Nö, 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 nö. Da hab ich mir mittlerweile schon Namen-Master gemacht mit. Guck mal Jon hier. Guck mal Jon an. Guck mal hier links. Guck. Hier nimmt sich einfach alles. Hier nimmt sich unsere ganze Familie aus gerade. Nein, nicht die Familie. Ich bin tot. Ei. Och, Kutscher. Ja, was soll ich machen? Ich bin eine One-Shot. Was macht... Ja, wo ist dein Frozen Heart? Der ist noch nicht im Inventar. Frozen Heart, Inventar. Reimt sich das? Nee, absolut gar nicht. Oh mein Gott. Der denkt, der ultet mich. Scheiß Loser. Und die Cassio rasiert? Oh mein Gott, die Cassio hat hart rasiert. Ja, wir haben nur Inip verloren halt gerade. Alle, ne? Aber gar keine mehr. Nee, gar keine Inips. Oh, nee. Jetzt wird's noch schlimmer, ey. Nee. Wieder Blitzdeak hier, oder was? Sicher, wir üben schon mal für gleich. Wir müssen mal gucken, wie da der Hase läuft. Oh, bitte. Alarm, Darm. Da war absoluter Schmutz von der... Bin ich hier schon wieder am Arsch. Müssen um die Cassio spielen, Phil. Ja, um die Cassio rum. 4 gegen 5 jetzt. Es wird interessant. Der möchte hier vielleicht rein ulten. Schauen, ob wir hier noch was kriegen können. Ich hab Sonjas ab. Oh, guck mal. Ich hab auch Sonjas. Kartus Botlane. Der ist immobil. Da könnte man drauf engagen. Was macht das Team? Und vielleicht... Der kommt nicht zurück. Schöner Kill Nummer 1. Kartus gestunt. Das könnte was werden. Nevermind. Das war Samira. Einfach die Waves clearen. Ja. Hab sie. Oh, ja. Hast du ein Zeitzel auf den Wirbel gesehen, während ich geguckt hab? War schick, ne? War richtig geil. Hab ich aber nicht gesehen. Wir müssen halt jetzt echt langsam am Ende machen, ne? Drei Minuten. Jetzt guck mal, der Kartus hier. Gibt die Kartus wohl vision? Ja, absolut null. Na dann, Jente. Aber die Cassio hat kein Voidstuff. Oh, die hat kein Voidstuff. Ja, leck mich doch ab. Zuckerli. Wir können das einfach noch stallen. Ja, schönes Ding. Gut gestallt auf jeden Fall. Beide Türme leben noch. Stark. Das ist natürlich jetzt unglücklich, ne? Eine Minute. Kann ja auch nicht mehr damit rechnen, dass ein Blitzleak 40 Minuten dauert. Ja, wann machen wir jetzt so? Also generell gesehen? Machen wir jetzt irgendwie halt FF in den Chat? Können wir ja nicht. Wenn wir jetzt FFen, drücken die auf keinen Vf Ja. Oh, no, 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 no. Yonel draus, Kartusel draus. Okay, Kimmel ist bei uns. Oh, das ist aber nicht gut. Die wird einfach getötet da. Ah, Nevermind. Ah, ein HP auf Arcani. Oh, jetzt ist Cassio im Fight. Ja, ja, auf Kimmel da rauf. Und TP in Base, TP in Base ist, it's over. Hör auf, Yone, hör auf, bitte. Bitte. Bitte hör auf, Yone. Scheiße, der muss aber weg dort. Ja, gut, abgebostet schnell. Ja, sind ja pünktlich fertig quasi. Oh, so ein Mist, ey. War ein geiles Game. War ein geiles Blitz. Ja, hi, Johnny, grüß dich. Hi, na, alles gut bei euch. Klar. Ja, Mensch. Alles super.